Heute mit zeitgenössischer argentinischer Literatur. Julia Zabach mit Details. Selva Almada beginnt ihren kurzen Roman mit einem Angelausflug im Nordosten Argentiniens. Enero und El Negro sind gemeinsam mit dem Sohn ihres verstorbenen Freundes Eusebio, einem Teenager namens Tilo, unterwegs. Mit dem Boot fahren sie über den Fluss zu einer Insel und selten an dessen Ufer. Doch es ist nur ein scheinbares Idyll, denn die Männer verhalten sich rücksichtslos gegenüber der Natur und die traumatische Geschichte vom Unfalltod Eusebius ist ebenso von Bedeutung. Der provinzielle Mikrokosmos Selva Almadas ist geprägt vom Machismo. Es ist der dritte Roman der argentinischen Autorin, in dem sie erneut eine Geschichte über Männlichkeit erzählt. Ganz nach lateinamerikanischer Tradition sind Tote omnipräsent in diesem Buch und so wird am Erinnerungsort des Flusses der ertrunkene Eusebio zur Schlüsselfigur. Die Vergangenheit findet in Rückblendeneingang in die Handlung. Einige Ausschnitte aus dem Buch »Kein Fluss« von Selva Almada liest nun Eva Mayer. »Tilo hockt da und entwirrt eine verknäuelte Angelschnur. Die langen, mageren Finger häkeln Luftmaschen. Die Zigarette zwischen den Lippen, das eine Auge geschlossen wegen dem Rauch. Enero schaut ihn an, sitzt auf dem Boden im Schneidersitz wie ein Indio und schaut ihn an. Wenn er nicht wüsste, dass es Thilo ist, würde er meinen, Eusebio sei zurückgekehrt. Sähe er nicht den eigenen mächtigen Wanst, die dicken Hände, den Fingerstumpf, das flusige weiße Brusthaar, würde er sagen, Thilo sei Eusebio, der noch nicht tot ist. Dass die drei wieder zusammenangeln würden, wie an einem x-beliebigen Tag. Er erinnert sich, wie er im ersten Sommer, den sie zu dritt verbrachten, angefangen hatte, von dem Ertrunkenen zu träumen. El Negro kannte er schon sein Leben lang, aber Eusebio war gerade erst ins Viertel gezogen. In dem Jahr kam er nach den Juli-Ferien dort in die Schule. Die Familie hatte das Haus der Großmutter bezogen, nachdem die Alte gestorben war. Offenbar waren sie mit ihr zerstritten, denn sie hatten sie nie besucht. In der Nachbarschaft wurde der Umzug misstrauisch beäugt. Einige sagten, der Vater von Eusebio sei im Gefängnis gewesen und die Alte habe ihm das nie verziehen. Sie sagten auch, Eusebios Mutter würde Männer empfangen und das beruflich machen. Die drei trafen sich gleich nach dem Aufstehen, fast immer im Haus von Enero, der Einzelkind war. Sie tranken ihre Milch, dann machten sie sich aus dem Staub und kamen manchmal erst nachts zurück. Zur Mole gingen sie fast jeden Tag. Mit Vorliebe lagen sie unter den Bäumen am Ufer, hatten die Angelschnüre an den großen Zeh geknotet und warteten, dass einer anbiss. Sie schwatzten, lasen Comics und blätterten in Zeitschriften mit nackten Frauen und Kriminalfällen, die Eusebio von zu Hause mitbrachte. Elf waren sie damals. An jenem Morgen hatte er ihnen von dem Traum erzählt, nicht aber, dass er schreiend aufgewacht war und ins Bett gemacht hatte. Das Gesicht des Ertrunkenen dicht an seinem, das weiche, gräuliche Fleisch, die von den Fischen angefressenen Wangen, durch die man die Reihe der Backenzähne sehen konnte. Er hatte ihn bei den Haaren gepackt, um ihn sich vom Leib zu halten und ein ganzes Büschel in der Hand zurückbehalten. El Negro hatte gelacht. Hirngespinste. Eusebio sah ihn dagegen neugierig an. »Und wer war es?«, sagte er. »Wer war wer?«, sagte Enero. »Na, der Ertrunkene.« »Er hat doch gesagt, er war ganz verwest, hätte jeder sein können«, sagte El Negro. Enero nickte, wie um zu sagen, das sei doch klar. Eusebio runzelte die Stirn und zuckte die Schultern. Da aber zappelte die Schnur an seinem großen Zeh und die drei schauten gebannt auf das trübe Wasser, die Köpfe dicht beieinander. Und an dem Tag kam die Sache nicht mehr zur Sprache. Keine Erinnerung hat El Negro an das zweite Mal, dass Enero von dem Ertrunkenen träumte. Er war nicht da, als er davon erzählte. Die Schwestern hatten ihn kurz vorher geholt, um ihm die Haare zu schneiden. Die drei tranken gerade kalten Mate unter dem Laubdach im Hof. Sie riefen ihn vom Straßenrand her, zwei der fünf Schwestern, alle gleich, lange Haare, hochgeschossen, dünn wie Reier. Identische Stimmen, nicht einmal er mochte sie zu unterscheiden. Negrito, Negrito, Negrito. Sie schrien, bis Delia rauskam, um für Ordnung zu sorgen. Geh schon, die rufen dich. Lassen einen nicht mal in Ruhe die Novella schauen. Auf Delia hörte er. Diese Frau und seine Schwestern waren das Mutterähnlichste, was er kannte. Seine Richtige war im Kreißsaal geblieben. Der Vater, Pferdebändiger, immer irgendwo auf Tournee. Er allein mit den Schwestern, denen er als Püppchen diente. Nachdem er dann gegangen war und Delia ihre Kippe zu Ende geraucht und in die Büsche geschnipst hatte und im Haus verschwunden war, sagte Enero zu Eusebio, dass ihm wieder der Ertrunkene erschienen sei. Enero schwamm in einem Bach und plötzlich spürte er, dass ihn etwas nach unten zog. Er ruderte mit den Armen, versuchte frei zu kommen. Aber was ihm wie Geißblatt die Beine hochkroch, war stärker. Er öffnete die Augen im trüben Wasser und sah ihn, der sich an ihn klammerte, an den Beinen festhielt, in die Tiefe zog. Er kämpfte, um sich loszureißen. Der Ertrunkene umfing ihn weiter mit seiner schlaffen Haut, hüllte ihn ein wie ein Kokon. Wieder erwachte Enero klatschnass, als wäre er wirklich gerade aus dem Bach seines Albtraums gestiegen. Diesmal hatte er nicht nach der Mutter gerufen und auch nicht ins Bett gemacht. Er lag still da, atmete eine Weile in stoßartigen Zügen und rollte sich dann mit Blick zur Wand zum Einschlafen zusammen. Eusebio goss sich den letzten Mate ein. In der Thermoskanne klapperten die Eiswürfel. Das muss eine Botschaft sein, sagte er. Wie meinst du, eine Botschaft, sagte Enero. Eusebio sah ihn an und dachte einen Moment nach. Wir müssen zu meinem Patenonkel gehen. Der kennt sich mit sowas aus, sagte er. Zum Haus des Patenonkels gingen sie zu dritt. El Negro und Enero nahmen Eusebio immer abwechselnd ein Stück auf ihren Rädern mit. Das ganze Städtchen durchquerten sie auf diese Weise. Das Haus lag weit weg, in einer Gegend, in der sie noch nie waren, ärmer als das Viertel, das sie hatte aufwachsen sehen und das sie fast nie verließen. Die Straßen ohne Asphalt, fauliges Wasser in den Gräben, klapperdürre Hunde, die sich im Schatten der Baracken lagerten. Sie hatten ein etwas mulmiges Gefühl, hier um die Mittagszeit unterwegs zu sein, wenn die Läden schließen und die Leute ihres Jester hielten. Keine Seele draußen bei dieser Hitze. Als sie bei der Behausung von Eusebios Patenonkel ankamen, saß da ein Haufen Leute unter einem improvisierten Vordach, für das ein Stück Sackleinen herhalten musste. Mehr Frauen als Männer und die Frauen mit kleinen Kindern, fächelnd mit Fetzen von Zeitschriften. Das sind die Kunden, sagte Eusebio. Der Pate war ein Heiler und hieß Gutierrez. Wartet hier ein Weilchen, sagte er und ging ums Haus herum. Die Leute sahen ihm hinterher und anschließend sie an. Aus Unsicherheit hielten sie sich fern, blieben unter einem Baum, an den sie die Räder lehnten. El Negro war nervös. Die Schwestern waren Evangelikale. Für sie war alles, was nicht Gottes war, des Teufels. Die Wunderheilerei, um nicht weiter auszuholen. Wenn sie wüssten, wo er steckte, würden sie ihm kräftig den Kopf waschen. Entspannt war Enero auch nicht. Für Delia gab es nichts, was Gottes oder des Teufels war. Für sie war alles das Gleiche. Aberglaube ungebildeter Leute. Konnte stimmen, aber Enero bat hin und wieder Jesus um einen kleinen Gefallen und bekam ihn erfüllt. Ob du's glaubst oder nicht. Zwei Jungen hatten sich genähert und der eine bat sie um die Räder. Nur eine Runde, sagte er. Enero sagte nein. Der Kleine flüsterte dem anderen etwas zu und sie lachten. Dann spuckte er nach ihnen, machte kehrt und rannte zurück zu den wartenden Erwachsenen. Stunden hatten sie gewartet, an die Reihe zu kommen. Einen Heiler zum Paten zu haben, dafür gab es keine Sonderrechte. Mehrmals ging Eusebio zum Haus und zurück, verteilte Mortadella-Sandwich, die ihm die Patentante mitgab, brachte frisch geschöpftes Wasser aus dem Brunnen. Enero machte ein Nickerchen. El Negro spürte den Drang, sein Geschäft zu verrichten und musste sich in die Büsche schlagen. Nach einer seiner Touren, als schon fast keine Leute mehr da waren, kam Eusebio gerannt und sagte, sie sollten sich beeilen, der Patenonkel werde sie empfangen. Sie traten in ein winziges Zimmerchen, das nach warmem Wachs roch. Überall standen brennende rote Kerzen. In der Mitte ein Tisch, ein dünner, hochgewachsener Mann, der in einem Lehnstuhl saß, und ein zweiter Lehrerstuhl. Der Mann war Gutierrez. Er hatte die Beine übereinander geschlagen wie eine Frau und rauchte, wobei der die Zigarette zwischen zwei Fingern hielt, die wie er selbst lang und dünn waren. Auch lange Fingernägel hatte er. Er sagte, sie sollten näher kommen. Enero trat vor, aber El Negro blieb an der Tür stehen. Du bist Enero, sagte der Typ. Enero nickte mit dem Kopf. Du träumst also von dem Ertrunkenen. Enero schaute Eusebio an, der für ihn antwortete. Schon zweimal jetzt, Onkel, sagte er. Komm, setz dich her, sagte Gutierrez. Enero gehorchte. Der Mann legte die Zigarette in den Aschenbecher und seine Hände offen auf den Tisch. Er bedeutete Enero mit dem Finger, er solle ihm seine reichen, nahm sie und schloss die Augen. Er zog ihn ein wenig zu sich heran. Enero roch seinen Weindunst. Er hielt ihn einige Augenblicke fest und ließ ihn dann los, wie eine heiße Kartoffel. Er lehnte sich im Stuhl zurück und zog erneut an der Zigarette. Eine krumme Aschespitze hatte sich gebildet wie Rinde, die durch die Bewegung abfiel. Manchmal sind Träume ein Echo der Zukunft, sagte Gutierrez. Du wirst immer davon träumen, also gewöhn dich lieber dran. Enero spürte eine Kälte im Bauch und den Drang, sich zu übergeben. Der Heiler wies mit dem Kinn zur Tür und Eusebio zog Enero am Arm zum Ausgang. El Negro, der ihr am nächsten stand, öffnete sie als erster. Der Heiler pfiff ihn zurück. Negrito, du hast Parasiten, darum bist du so dünn. Isst eine Woche lang eine Knoblauchzehe auf nüchternen Magen. El Negro sah ihn schief an und ging rasch hinaus. Eusebio und El Negro folgten ihm nach. Eusebio und El Negro Ein Sommer wie dieser. Vor 20 Jahren ein Sommer wie dieser. Dieselbe Insel oder nebenan oder dahinter. In der Erinnerung ist die Insel eine einzige, ohne Eigennamen, ohne genaue Koordinaten. Die Insel. Alle drei schon Männer. Nicht solche Bürschchen wie Thilo jetzt. Männer, die auf die 30 zugingen. Junggesellen, die nicht vorhatten zu heiraten. Keiner hatte vor zu heiraten. Zumindest bis zu jenem Tag hatte das keiner vor. Wozu? Sie hatten ja einander. Und wenn nicht, hatte Enero seine Mutter. El Negro seine Schwestern, die ihn aufgezogen hatten. Eusebio konnte jede haben, die er wollte. Warum sich mit einer belasten, wenn man alle haben konnte. Damals mit 30, die drei unter der Sonne am Ufer, die Hirne am Kochen. Sie waren um sieben Uhr morgens vom Tanzen gekommen, halb betrunken. Und wenn wir angeln gehen? Klar, gehen wir. Sie warfen die drei Luftmatratzen in El Negros Pickup. Ein Zelt nicht. Wozu? Es ist warm. Sie sind jung und stark. Wozu ein Zelt? Die Angeln und die halbe Welt. Die Kühltasche aus Tyropor, zwei Korbflaschen Wein, eine Pfanne, um zu braten, was sie fangen. Eine Handvoll Geniol-Tabletten, um den Brummschädel wieder klar zu kriegen. Sie ließen die Ausgehklamotten bei Enero im Badezimmer in einem großen Klumpen am Boden. Enero verteilte Shorts und alte T-Shirts. Die Mutter spülte sich mit dem ersten Mate den Mund aus. Dann ging sie ihnen hinterher, Thermoskanne unterm Arm, damit sie noch einen Mate tranken und nicht so loszogen, den Bauch voller Wein. Ausgangs des Städtchens hielten sie an der Tankstelle, um Eis zu kaufen und zu tanken. Der Benzingeruch drehte El Negro den Magen um. Er rannte los, quer über den Parkplatz und übergab sich ins Gebüsch. Der Parkplatzwächter lachte. Seit früh unterwegs. Fahrt wohl zur Insel. Zur Insel, ja, sagte Enero, der am Steuer saß. Eusebio schnarchte, Kopf nach hinten gekippt, Mund weit offen. Beißen Sie? Wird behauptet, sagte Enero und zuckte die Schultern. Möglich, dass ich am Sonntag mal rumkomme. El Negro kam zurück. Der Kopf klatschnass. Das halblange Haar triefte. Alles in Ordnung? Ja. Enero streckte einen Arm durchs Seitenfenster und der Parkplatzwächter klatschte in seine offene Handfläche. Die Kühle des Flusses, als der alte Fährmann sie übersetzte, machte sie wieder munter. Sie fuhren schweigend. Der Alte führte Selbstgespräche. Wegen fehlender Zähne oder weil er das Monologisieren gewohnt war, verstanden sie nur einzelne Sätze. In jener Zeit träumte Enero andauernd von dem Ertrunkenen. Vielleicht deswegen oder weil der Rausch sich nicht abschütteln ließ, blickte er starr ins braune Wasser, als erwartete er, den schleimigen Schädel seitlich am Boot vorbeitreiben zu sehen. Die Strähnen verfaulten Haars wie schwimmende weiße Wurzeln. Die drei in Gedanken versunken, die Stimme des Alten brüchig. Kurz darauf alle drei wie neu geboren durch das Bad im Fluss, ausgestreckt am Ufer wie die Brassen glänzend in der Sonne, die sich auf ihren Rücken austobte. Feuer löscht man mit Feuer, sagte Enero und stand auf. Er grub eine Weinflasche aus dem Eis, öffnete sie, goss die Blechbecher voll, verwahrte sie wieder zwischen den Würfeln. Stehend stießen sie miteinander an. Ich bekomme einen Sohn, sagte Eusebio. Enero brach in Gelächter aus. Er lachte mit offenem Mund, damals noch voller Zähne. El Negro fiel mit nervösem Lachen ein. Eusebio lächelte und schaute zu Boden. Ich mein's ernst, Blödmann, was gibt's da zu lachen? Du einen Sohn? Von wem? Von der Diana, von wem sonst? Sie schauten ihn an. El Negro umarmte ihn. Enero nahm einen großen Schluck und klopfte ihm auf die Schulter. Eine Geste, halb Glückwunsch, halb Trost. Ein Sohn, murmelte er. Er lachte wieder, diesmal vor Freude. Er hob den Becher. Die Mittagssonne brach sich im Metall. Noch einmal stießen sie an auf Eusebios Sohn. Der Sohn. Eva Mayer las aus kein Fluss von Selva Almanda. Die Übersetzung aus dem Spanischen stammt von Christian Hansen. Erschienen ist das Buch in Bärenberg Verlag. Drei Männer, ein Boot und ein riesiger Fisch, den sie mit vereinten Kräften aus dem Fluss ziehen. Selva Almanda erzählt zu Beginn ihres Romans »Kein Fluss« von einem Angelausflug in einer ländlichen Gegend im Nordosten Argentiniens. El Nero und El Negro sind zwei Mitfünfziger, einfache Leute. Der dritte im Bund ist der Sohn ihres verstorbenen Freundes Eusebio, ein Teenager namens Tilo. Die beiden Älteren haben den Jüngeren unter ihre Fittiche genommen. Mit dem Boot sind sie über den breiten Fluss zu einer Insel gefahren, haben am Ufer ihre Zelte aufgeschlagen und den Gefangenen Rochen, ein Ungetüm von fast 100 Kilo, stolz an einen Baum gehängt. Sie betrinken sich, hören Musik aus dem Radio, tanzen. Ein Idyll der Männerfreundschaft, so scheint es. Gestört wird es allerdings, als am nächsten Tag ein Einheimischer erscheint und die Besucher in ein unbequemes Gespräch verwickelt. Dem Inselbewohner passt es gar nicht, dass El Nero, der Anführer des Anglatrios, dem Rochen drei Schüsse verpasst hat und das tote Tier, als es zu stinken beginnt, einfach wieder in den Fluss geworfen hat. Der verärgerte Insulaner zieht zwar von dannen, aber von nun an liegt eine Bedrohung in der Luft. Dass die Ausflügler auf der Insel nicht willkommen sind, ist ihnen zwar selbst nicht so klar, aber die Lesenden spüren es ganz deutlich. Sogar die Natur scheint die Besucher als unliebsame Eindringlinge zu betrachten. Selva Almada beschreibt den Wald auf der Insel mit seiner üppigen Tier- und Pflanzenwelt als Ort, der die Einheimischen wie eine zweite Haut umfängt, der aber abweisend zu den Fremden ist. Die drei Anglerfreunde erkennen die Feindseligkeit der Inselwelt wohl deshalb nicht, weil ihr ganzes Denken und Fühlen auf den Fluss gerichtet ist. Das undurchsichtige Gewässer also, das dem Buch seinen Namen gegeben hat. Kein Fluss heißt der Roman vielleicht, weil dieses Gewässer viel mehr ist als ein Fluss, nämlich ein Sehnsuchts- und Erinnerungsort. Eusebio, der Vater von Thilo und enge Freund von Enedo und El Negro ist vor vielen Jahren beim Angeln ertrunken. Der zunächst unbeschwert wirkende Ausflug ist also auch eine Rückkehr dorthin, wo Eusebio gestorben ist. Der Tote ist eine Schlüsselfigur des Romans und die Lebenden erinnern sich an ihn, jeder für sich. Durch Rückblenden, die die Autorin geschickt in die Handlung einbaut, erfahren wir immer mehr über die Vergangenheit der Protagonisten und ihre Beziehung zueinander. Ihr argentinisches Provinzuniversum ist geprägt von Machismo, zerrütteten Familien, unverbindlichen Sexbeziehungen. Manch ein schwangeres Mädchen wird zur illegalen Abtreibung gedrängt, bei einem Heiler, der Hilfe in allen Lebenslagen verspricht. Jenseits des dunklen, breiten Flusses auf der Insel sieht das Leben nicht viel anders aus. Männer betrinken sich miteinander, frühreife Töchter werden vom Vater verprügelt, Frauen ziehen ihre Kinder alleine groß. So wie die Romanfigur Xiomara. Sie hatte zwei Töchter, die bei einem Autounfall nach einem Tanzfest gestorben sind. Den Verlust hat die Mutter nicht verwunden. Xiomara gilt auf der Insel als sonderbar. Immer wieder zündet sie Feuer an. Sie und das Freundestrio vom Festland haben gemeinsam, dass die Toten in ihrem Leben präsent sind. Für Enero, El Negro und Tilo ist die Erinnerung an den ertrunkenen Eusebio höchst lebendig. Bei den verunglückten Mädchen bekommt das Wort lebendig noch einmal eine andere Bedeutung. Denn die Autorin lässt Xiomaras tote Töchter wie Lebende agieren. Damit führt sie ein übernatürliches Element in die Handlung ein, das nicht seltsam oder schaurig wirkt, sondern vielmehr anrührend und poetisch. Auch Selva Almadas knappe, kondensierte, aber bildreiche Sprache erinnert an Poesie. Die Gewalt, die sich schließlich entlädt, ist von Anfang an subtil zwischen den Zeilen zu spüren, was den Roman so packend macht. Am Ende löst die Autorin die Gewalt auf, in einer rettenden Begegnung der Lebenden mit den Toten. Nur für Xiomara gibt es möglicherweise keine Rettung mehr. Kein Fluss von Selva Almada aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen ist im Bärenberg Verlag erschienen, hat 112 Seiten und kostet 24 Euro. Es wäre schon gut, wenn wir uns etwas mehr für unsere pflanzliche und tierische Umgebung interessierten. Selva Almada lebt in Buenos Aires, aber die 50-jährige Autorin ist auf dem Land aufgewachsen und hat sich eine besondere Sensibilität für die Natur bewahrt. Der rücksichtslose Umgang mit ihr steht am Anfang von Almadas Roman »Kein Fluss«. Er sieht ihn kommen, ein riesiger Fleck unter der Wasseroberfläche. Er zielt und drückt ab. Einmal, zweimal, dreimal. Blubbernd quillt das Blut herauf, verwaschen. In der argentinischen Provinz auf einem Wochenendausflug fischen zwei erwachsene Männer und ein Jugendlicher einen Rochen aus einem Fluss und erschießen ihn. Für sie ist es nur ein spaßiges Abenteuer. Den Kadaver des Rochens hängen sie wie eine Trophäe an einen Baum und werfen ihn später in den Fluss. Dieses Verhalten ruft die einheimischen, naturverbundenen Dorfbewohner auf den Plan. Der Konflikt staut sich bis zum finalen Gewaltausbruch an. Die Spannung steigt, weil Almada die Geschichte durch Rückblicke unterbricht. Denn der Vater des Jugendlichen ertrank vor Jahren im Fluss. Zuvor hatte einer der Hobbyfischer mehrfach von einem Ertrunkenen geträumt. Manchmal sind Träume ein Echo der Zukunft, sagt ein Heiler im Roman. Ich glaube an solche Dinge. Die Romanfigur des Heilers Gutierrez ist von einem realen Mann aus meiner Kindheit inspiriert. Wenn ich krank war, haben mich meine Eltern nicht nur zum Arzt gebracht, sondern immer auch zum Heiler. Als ob es nicht reichen würde, nur zum Kinderarzt zu gehen. Es brauchte auch noch die magische Komponente, um gesund zu werden. Kein Fluss ist aber kein esoterischer Roman und auch kein plump moralisierendes Umweltbuch. Dazu schreibt Almada viel zu raffiniert. Sie dringt tief in die Gefühlswelten ihrer Figuren ein und schildert die Natur so präzise, dass ihre Einzigartigkeit ganz natürlich zum Vorschein kommt. Besonders, als sie aus der Warte des einheimischen Agirre schreibt, den die unsensiblen Wochenendfischer zur Weißglut bringen. Es ist nicht irgendein Fluss. Es ist dieser Fluss. Er hat mehr Zeit mit ihm verbracht als mit irgendwem sonst. Und dann? Wer hat ihnen das erlaubt? Es war auch nicht irgendein Rochen. Es war dieser Rochen. Ein wunderschönes Tier, ausgebreitet am Grund des Flusses, wo er weiß geschimmert haben muss, wie eine Braut in der lichtlosen Tiefe. Warum nur hat der Übersetzer Christian Hansen oder war es der Verlag den Roman im Deutschen sinnentstellend kein Fluss genannt, anstatt treffend nicht irgendein Fluss oder mehr als ein Fluss. Ansonsten ist es aber eine Freude, diesen Roman auf Deutsch zu lesen. Selva Almada verleiht der Natur auch dadurch eine Stimme, dass sie etwa den Wald personifiziert. Der empfindet einen der Wochenendbesucher, der ihn betritt, als Fremdkörper. Fragt sich, ob der Wald, wenn er könnte, uns moderne Menschen gleich wieder ausspucken würde. Ja, ich glaube ja. Und er täte sehr gut daran, uns auszuspucken. Selva Almada ist mit keinem Fluss ein souverän erzählter und nachdenklich stimmender Roman über die Beziehung von Mensch und Natur geglückt.